hallo in die runde amk in büsum alle schon fertig zu essen gibt es parkplätze für traktoren parkplätze für pkws sogar übernachtungsmöglichkeiten tja nachbarn aus dänemark und polen sind geladen die wollen uns unterstützen ja jetzt fehlt bloß noch ihr bauern ja ich hab die schnauze voll von dieser politik hier nicht also gibt sachen da muss man noch mal nein sagen können wie zum beispiel zu dieser politik ideologischen tragen ohne wissenschaftliche fakten daten einfach nur wir müssen zack aus ende und wir sind immer die bösen sind überall die bösen co2 machen wir viel zu viel mit anbohren und so kühlen müssen wir mal zu binden uns röpst nicht so viel was solltet von kreisläufen haben wir nicht gehört wir müssen auch nein sagen können nicht nur mal hinnehmen und oh und maulen nee wir müssen mein nein sagen und nein sagen ist ja wohl in büsum der richtige ort alle landwirtschaftsminister sind da auch der vom bund der kommt da auch hin und der muss sehen dass wir da sind mit fahnen banner was ihr habt ist mir egal welche fahnen ihr habt aber wir müssen nein sagen zu dieser drecks politik also 22 bis 24 märz in büsum die bauers dem markt kommen natürlich auch ist klar wir müssen dahin wir müssen auch sagen dass wir so nicht weiter wirtschaften wollen mit diesen ideologischen hintergründen diesen wissenslosen oder diesen wissen lücken wissens lücken oder was ist bei denen selbstversorgungsgrad bei schweine geht gerade unter 100 prozent bei gemüse und obst sowieso schon lange unter 30 prozent getreide wird wohl dies ja auch nicht mehr viel werden und ab 24 wenn wir alle richtig still liegen müssen und ist mit den vier prozent noch nicht so getan da kommt noch mehr aber wir wollen nicht ich will jedenfalls nicht also auf nach büsum die fischer kommen und denen geht es richtig schlecht bei denen steht schon wasser bis oberkant der unterlippe also jetzt aber los termin gemacht fahrthouten rausgesucht mit gps könnt ihr umgehen habt ihr auch im trecker also los geht's wir treffen uns im büsum 22 bis 24 märz der bauers markt